Hallo und herzlich willkommen liebe Eisenbahnfreunde, hier bei Spur N Eisenbahngeschichten. Da kommt jetzt die Baureihe 24, mit dem Interregio Wagen, mit Bordkaffee und Autotransporter, hier kommt die Baureihe 41, mit dem Rhein-Ruhr-Express-Wagen der 20er Jahre, zwei Güterwagen, also zwei Viehwagen und noch eine Kamerawagen hinten dran. Ich gucke uns das nochmal auf Perspektive des Bahnhofs an. Ich bin ja mal gespannt, ob das gleich zeitversetzt ist im Video oder ob das jetzt dann auch an der richtigen Stelle ist, nicht dass man meine Stimme doppelt hört. Es ist nämlich so, dass ich den Spielbetrieb mit meinem Bruder einfach mal ein bisschen abgefilmt habe und in dem Video, das Teil, was ich euch gerade gezeigt habe, habe ich schon vorsprechen wollen. Ich belege das jetzt trotzdem nochmal neu mit einem Ton, weil wir das Ganze auch nicht beendet haben. Ich habe jetzt dieses Video hier aus Teilfrequenzen zusammengeschnitten. Deshalb wird es auch ein bisschen ein anderes Let's Play mal wieder sein. Hier heute einfach mal den Spielbetrieb, den ich ein bisschen abgefilmt habe. Baureihe 41 mit dem Rhein-Ruhr-Express fährt ab. Hier die Baureihe 215 mit einem schönen Kohlezug schleift sich über das zweite Gleis. Und dann Gleis 1, der Regional-Express. Also Interregio, viel mehr. Mit Autotransporter ist auch wieder abgefahren. Hier sieht man nochmal die Abfahrt. Regional-Express, ja klar. Soweit sind wir noch nicht, dass wir auch Autos in Regional-Express mitnehmen können. Kläre mal konstruktive Kritik, glaube ich aber nicht, dass das eingeführt wird. Das ist natürlich ein Interregio Cityliner mit Autotransporter. Hier gezogen von der Baureihe 23. Kann nochmal schön... Wie alle drei Gleise befahren sind, zwei Züge fahren in den Bahnhof ein und der Güterzug fährt wieder aus dem Bahnhof heraus. Hier nochmal die Einung hier hat sich mit Rhein-Ruhr-Express aus der Nähe. Mit den zwei Fliewagen, hier ist der Kamerawagen auch schon wieder ab. Ja, mit den Kameramit... Führerstandsmitfahrten habe ich schon einige abgedreht. Ich habe die noch nirgendwo integriert. Ich muss damit mal anfangen. Wir sind ja auch... Ich habe meinem Bruder ja die Staffel abgedreht. Ich habe da Hilfe bekommen. Ungeplanterweise eine Woche lang. Wir haben die Hälfte der Staffel schon abfilmen können. Das bedeutet, viel Material schon, dass ja die Hälfte der Staffel ist fertig. Das heißt aber noch nicht, dass das logistisch verpackt ist und die Videos fertig sind. Da werde ich mich dann in Zukunft dransetzen. Mal gucken, wie ich es mache. Ob ich Folge für Folge präsentiere oder die ganze Staffel mit einem Mal. Darüber bin ich mir noch nicht einig. Ich könnte ja auch mal in den Kommentaren eure Meinung hinterlassen. Ja, ich dachte, bei den ganzen Arbeiten schraube ich auch mal ein paar Spielvideos zwischendurch. Dazwischen jetzt mal hier eins, was kurz vor den Dreharbeiten der Staffel entstanden ist mit meinem Bruder zusammen. Vielleicht auch noch was anderes präsentieren. Vive Let's Play mit den neuen Vive-Loks. Das wird die Tage auch noch rauskommen. Aber ansonsten, wie gesagt, arbeite ich an der Staffel. Hier sehen wir nochmal die Baureihe 86, wie sie mit dem Nahverkehrszug einfährt. Zugmaterial wechselt jetzt auch ein bisschen. Mal ein bisschen was fürs Auge. Mal durch den Güterbahnhof. Schönen, er gefällt mir richtig gut. Richtig schönes Gelände. Man sieht im Hintergrund auch, der Interregio hat Fahrverbot. Baureihe 86 mit dem Nahverkehrszug fährt jetzt im Bahnhof ein auf Gleis 1. Schraubt sich nochmal ein Güterzug vorbei. Hier schön diese schweren Kohlewaggons zu sehen. Peine Salzgitteraufschrift. Ich werde mal gucken, dass ich den Zug noch auf 10 erweitere. Die Waggons haben sich im Internet als sehr selten gezeigt. Ähm, jetzt hatte ich ja die in diesem Zug hier erworben. Jetzt sind nochmal ein paar mehr drin. Ich versuche, wie gesagt, in Zukunft den Zug noch auf 10 Waggons zu erweitern. So, dass ich davon 10 habe. Bei 6 bin ich jetzt. So, der kleine Nahverkehrszug auf Gleis 1 fällt auch wieder ab. Von der Baureihe 86 gezogen. Hier nochmal immer wieder der Kohlezug zu sehen. Und nochmal die Perspektive auf den Güterwarnung. Das war der Zug für die Arbeiter, die da in dem ganzen Güterbahnhof auf allen Gewerbeflächen tätig sind. Der die Leute, wenn man zur Arbeit fährt und wieder abholt. Das ist jetzt da auf Gleis 1 im Güterbahnhof gefahren. Und schon erhält auch der Interregio die Freifahrt. Weichen sind gestärkt. Interregio kann durch. Güterzug fährt auf der Hauptlinie auch nochmal in den Wald rein. Ja, und weil es so schön war, nochmal eine zweite Runde vom Interregio. Jetzt sehen wir nochmal aus der Vogelperspektive den Hauptbahnhof. Wie gesagt, beim Spielen einfach mal ein paar Perspektiven abgefilmt und draufgehalten. Heute mal ein anderes Let's Play wie sonst. Sonst immer ein bisschen mit Geschichte verpackt. Heute einfach mal so ein bisschen in Farbe zieht. Es ist ja nicht viel Platz wie keine Anlage, aber trotzdem gibt sie ganz schön was her. Das norddeutsche Szenario, was hier nachgebaut ist, ist ganz schön vielfältig auf dieser kleinen Fläche. Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Ich werde morgen noch weiter bauen. Also ich weiß nicht, wann das Video hier auf YouTube landet, aber heute ist der 14.01. Und morgen werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter bauen. Und dann ist es auch bald mal wieder Zeit für ein neues Vorstellungsvideo, weil so ein bisschen was, was auch unpräsentiert ist, habe ich ja noch getan. Was dann auch mal abgefilmt werden muss. Ich gehe mal den Vorstadtbahnhof, wie der Güterzug sich da durchschraubt auf der Hauptlinie und unten der Interregio durchfährt auf dem Durchgangsgleis. Schön auch immer wieder der Bezug zu meiner Heimat, feine Hannover. Beide Züge hier. Heimatpatriotisch. Aus Sicht des Schnellwerkes gefilmt, der Hauptbahnhof. Und nochmal den Weg, den Bahndamm hoch vor der Mühle. Janastruktorun hinten, der wir auch hier, schon fast vorbereitet. Ich schicke hier. Das gibt es nicht einen chairman. Aber mit dem Weg findenости auszubauen können können Sie haben. Die ganze Platte und die Züge, die wir hier zusammengestellt haben, haben wir an den Tag einfach mal ein paar Stunden ein bisschen gespielt, ein bisschen rumexperimentiert. Das hier waren die ersten Zuggarnituren, die wir aufgestellt haben. Hier haben wir nochmal andere gefahren und dann haben wir angefangen, die Staffel zu verfilmen. Wie gesagt, fünf von zehn Folgen sind soweit abgefilmt. Zwei sind angefangen und vorbereitet und der Rest muss halt eben noch gemacht werden. Das bedeutet aber halt manchmal, dass die Videos fertig sind, das sind jetzt nur das Filmmaterial von dem Rollmaterial, was wir da fertiggestellt haben. Dadurch, dass ich Hilfe hatte, konnte ich Perspektiven abfilmen, die ich sonst nicht abfilmen kann. Das war ganz schön, hier auch wunderschön, finde ich, der Wald. Das ist natürlich nur schemenhaft dargestellt in Angriffen, ich konnte keinen riesengroßen Wald dahin zimmern. Aber für den Übergang, der kleine Park dahinter im Industriegebiet, wo man spazieren gehen kann, da werde ich vielleicht auch noch einen Friedhof reinsetzen. Und dann halt der Übergang, nochmal die Nebenstrecke, die vor dem Wald entlangläuft und dann dichter Wald. Erst Mischwald, dann geht es in Nadelwald über. Hier sieht man nochmal den Vorstadtbahnhof. Wie die Baureihe 41 mit dem Rhein-Ruhr-Express dort hält. Die Fahrgeräusche dazu sind auch wirklich toll. Wenn man die Augen schließt, fühlt man sich, als würde man wirklich am Bahnhof stehen. Das ist echt ein unglaubliches Feeling. Aber ihr könnt die Augen auch wieder öffnen. Hier sieht man nochmal schön den Wald, den ich gerade auch beschrieben habe. Wie gesagt, schämhaft angerissen, trotzdem ganz gut dargestellt. Hier nochmal die Hauptstrecke, die zweiseisige Hauptstrecke, die aus dem Wald rausführt. Die Nebenstrecke, die da mit rein mündet. Vielen Dank auch mal wieder fürs Zuschauen. Das war es auch mal wieder von uns. Ich hoffe, ihr seid demnächst auch wieder mit dabei. Bis dann und Tschüss.